hallo und willkommen zur neuen folge bad wars und ich bin hier euer ski leppes und wir sind heute nicht alleine wir sind mit dem kleinen süßen zumbistischen mainz ich verstehe gerade gar nicht wen du meinst ich meine genau dich wir beide sind in halloween stimmung du hast einen halloween skin und ich habe einen halloween skin du hast einen komischen halloween joker oder so als skin und ich habe meinen selbstgemachten manche in halloween skin so ich habe neun dias wie viele dias hast du ich habe drei ok so sieben noch ok du hast drei kannst du dir das schwert machen hast du mir die rüstung gegeben nein ich hab dir nichts gegeben ach ja leute sind fertig nach rüstung ok leute wenn vielleicht werdet ihr es noch sehen also die eisenschwert textur habe ich jetzt verändert in so mehr im brach of the white style ich glaube ich schon im oder nicht brüfft oft in selda style man schon das vor sieben die es in die es ja das habe ich jetzt in seester war ich habe noch mal sieben dias wie viele dias hast du ich bräuchte ein 1 wie viele dias hast du ich könnte mir noch eine brust machen ich hab ich hab drei ok ähm gib mir mal deine drei dias dann mache ich dir ein schwert und mir eine brust noch ja dann kann ich hier ja dann kann ich ja dann kann ich ein eisenschmelzen jähne wie machst du das ich mit zu den eisen wischen meint er warte bleiben wir stehen ich werfe dir das dahin so ich bräuchte noch einen helm zwei eisen bräuchte noch mich aber auch einen eisen und dann hole ich mir den den eisen der jetzt kommt den will ich haben vier spieler bleiben noch übrig zwei teams oder immer weniger sollte man mir schnell noch ein eisenhelm und dann können wir los hast du blöcke es gibt nur noch drei teams okay ich hab mir hier komm hoch komm hoch oh ich hab jetzt schon mal ich muss mir ganz gut sachen gespielt okay hast du blöcke aber ich hab blöcke gut ich hab ein paar level es gibt immer level blöcke ich gibt dir ein bisschen blöcke warte dann haben wir ungefähr gleich viele blöcke komm komm dann hoch können wir kämpfen okay bist ja so ganz kurz was sie kommen einer kommt komm hoch es kommt jemand der hat von dir schon mal guck mal hoch der kommt von oben macht dich bereit er greift an er kommt wo ist er wo ist er da mein sei warte er kommt du bist du nicht hochkommen nein bist du tot er hat verzaubert er kriegen ich sehe ihn sehen ich sehe nicht nein ich bin in lava ich bin tot ich bin sowas von gut durch sich zu dem hoch bauen dürfen oder so leute wir sehen uns gleich in der nächsten runde wieder jetzt sind wir in der nächste runde was gibt es denn hier so vereint uns die level nehme ich mal den helm bis nicht mal mir mit ach die map kenne ich glaube ich hier gibt es glaube ich keine dias oder so die man ab und kann auf dem mit oder mein sie weiß du ob sie die es gibt so weit schweiß ich nicht okay ich habe ein dia helmen aber ich habe schon anderen helmen auf okay gut ich hab die erschrocken gut sieh dir mal mich an ich bin so übelst low ich bin mega low okay du 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 komm runter dann kann ich dir paar level geben ich hab grad sieben level flaschen komm mal runter ja einmal paar für dich paar level dann paar level für mich und dann noch für dich so was hast du für ein schwert steinschwert ich hab ein dia 6,25 schaden weist du aus ich mach brauchst du willst du jetzt ein dia schwert oder nicht nein würde ich nicht okay bei uns ist jemand warte ich nehm noch einen bei uns ist jemand wo ist der du wirst du ich hab ich seh ihn ich bin tot ich bin tot eurer Vater Leute ich auch ich hab einen umgebracht aber dann ich hab einen umgebracht aber dann bin ich auch von der Leute wie sehr ist das gelicht in der nächsten runde wieder und Leute was was oh ich hab einen Goldapfel ich hab einen Goldapfel Leute ich hab einen neißen Goldapfel und 8 xp so ich komm mal runter ich komm runter adios nice warte ich baue gleich auch paar dias ab warte ich mach mir nur kurz eine Spitzhacke dann baue ich auch paar dias ab diamantes 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 lernst du eigentlich französisch oder spanisch als zweite fremdsprache warte mal kurz jo mein say ok mein say darf ich kurz gucken ok er hat sich kurz gemütet vielleicht kamen die eltern rein oder so oder er muss irgendwo hin so ich schütze ihn mal ich mach mir mal einen ein diamantos schwert mit den diamantos die wir bekommen haben so vier flaschen werfe ich auf ihn eins zwei drei vier eins zwei ok muss auf aber noch diese runde ok Leute kann er reden oder nicht ok ok noch diese runde danach ist das dann das ende von dieser folge das ist eine kurze folge es tut mir leid aber stattdessen folge wenn es euch gewandert dann lasst doch einen schönen dicke fette like da und keine weiteren runde zu verpassen aber nie oder sonst sage ich nur tschau Leute wuuu